Hallo und herzlich willkommen zurück auf Mamas Kanal. Heute gibt es wieder eine riesige Verlosung. So sieht der nämlich aus. Ich habe Rackenschmerzen heute. Ja, heute gibt es wieder Wer kann es gebrauchen? Verlosung aufgebaut und ausmahnen, ausgebraucht und aussortiert. Video. So, wir haben schon die erste Charge quasi fertig und es geht um das Augenbrauengel, was Monique euch jetzt mal zeigt. Von Kryolan. Ah, hier. Genau. Das Augenbrauengel von Kryolan. Ihr seid alle schon in der Box drin. Und ja, wir schütteln die jetzt mal hier so richtig. Da sind jetzt keine Kipser dran, deswegen hört sich das nicht so laut an. Und Monique zieht jetzt natürlich jemanden. Wir gucken, ob einer im Deckel ist. Nein, das ist keiner im Deckel. Monique guckt weg. Und zieht den ersten Gewinner des Tages. Für das Augenbrauengel. Liebe Patricia, das Augenbrauengel geht an dich. Jawohl. So, und da machen wir jetzt mal einen Kreis drum. Ja. So, jetzt machen wir das nächste. Das nächste ist der Lipstick, worum es geht. Der Lipstick. Nee, daneben. Genau. Ja. Dieser matte Lipstick ist, glaube ich, matt, oder? Lipstick matt, natural, vegan, genau, von Elikia Beauty. Der. Und, ja, da wollen wir mal gucken, wer den. Okay, also, die Patricia. Die Patricia, die will alles. Beautyholic. Beautyholic. Ach ja, andere Seite. Äh, nein. Äh, nein. Renate Retterat. Renate Retterat. Äh, nein. Nein. Äh, nein. Äh, Nicole Kettelas. Nicole Kettelas. Nein. Jojo 20. Nein. Ach. Sonnenschein Rosa. Sonnenschein Rosa. Nein. Fekracia Berati. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Es tut mir leid. Äh, die will alles. Gut. Dann Noemi. Noemi. Äh, alles. Außer Augenproblem. Okay. Dann haben wir, äh, Katja Schmidt. Katja Schmidt. Äh, nein. Stefanie Bentschus. Stefanie Bentschus. Ich glaube, die war auf der anderen Seite. Nein. Nein. Dann haben wir als nächstes Petra. Wiese. Petra Wiese. Alles. Petra Pista. Petra Pista. Alles sehe ich schon. Rosemarie. Rosemarie. Alles. Silke Lönig. Silke Lönig. Ja. Babsi Makoviak. Babsi Makoviak. Babsi Makoviak. Damit für mich das ist, ne? Ja. Babsi Makoviak will alles. Doris. Doris. Alles. Heike Farbach. Hm. Heike Farbach. Ich glaube, die war auf der anderen Seite. Alles außer Mascara. Anja Luft. Anja Luft. Hm. Alles. Angela. Schmeiß. Angela Schmeiß. Nein. Conny Stegemann. Hm. Äh. Nein. Theodora Russ. Was ist das eigentlich? Wer brüllt da denn so? Ja. Und zu guter Letzt die Gurbelt. Ich glaube, die will das. Ich glaube, die will alles. Genau. Und dann schütteln wir mal durch. Und dann mal gucken, da ist alles frei, an wen der Lüppi geht. Monik, hat jemanden? Ich habe jemanden. Und die Petra Wiese hat gewonnen. Petra Wiese. Wo bist du denn? Hallo. Wo bist du denn? Da ist alles. So. Petra Wiese, die zwei. Super. Ja. Bis jetzt zwei Produkte, zwei Gewinner. Machen wir weiter. Die Nummer drei ist nämlich jetzt der Highlighter. Der Highlighter. Oh mein Gott. Nee, nee. Stern. Der einen Stern. Genau. Der Highlighter. Machen wir auf. Das war der güldene. Der da. Genau. Oder, ja, Gold eher, nicht Bronze, ne? Genau. Und dann schauen wir mal, wer den jetzt gerne haben möchte. Den Superstar. So. Da haben wir. Äh, Conny, nee, Noemi. Noemi. Alles. Anja Luft. Anja Luft. Alles. Conny Stegemann. Äh, ja. Angela Schmeiß. Äh, nein. Petra Wiese, habe ich schon gesehen. Stephanie Bentschus. Stephanie Bentschus. Die Patricia. Patricia. Ja. Äh, äh, alles. Katja Schmidt. Katja Schmidt. Nein. Sonnenschein Rosa. Sonnenschein Rosa, nein. Theodora Russ. Theodora Russ. Äh, ja. Jojo 20. Jojo 20, ähm, nein. Nicole Kettelas. Nein. Frekratia Berati. Wollte, glaube ich, alles eh, ne? Alles, ja. Renate Retterath. Nein. Petra Pliester. Petra Pliester. Alles. Silke Lönig. Silke Lönig. Äh, äh, Bibel. Nein. Nein. Bibel, nein. Dann die Doris, die hat Beautyholic. Beautyholic. Äh. Äh. Nein. Babsi Markovia. Alles. Heike Fabach. Heike Fabach. Heike Fabach. Andere Seite. Jetzt werde ich müde langsam. Äh. Alles. Alles. Rosemarie. Rosemarie. Rosemarie, Rosenhaarienchen. Die will alles. Und Gourvet will auch alles. Langsam werde ich müde. Das war doch ein bisschen anstrengend. Der Beckenliegen. So. Dann schauen wir mal, an wem der Highlighter so geht. Die nächsten Sammlungen sind natürlich schon wieder am Start, wenn man auf Gebraucht Video, die ich wieder aussortiert habe. Aber wir sind jetzt erstmal bei einem Sternen Highlighter. Und der Sternen Highlighter geht an. Die Petra Wiese. Oh, läuft Petra, läuft. Wow, die 3 geht auch an dich. Uhuhu. Okay. Dann machen wir weiter. Dann machen wir weiter. Ähm. Nummer 4 ist jetzt, ähm, die Palette. Die hier. Genau. Die Universe Palette. Ich mach's nochmal auf. Von Turn It Up. Mhm. Ja. Wollen wir mal gucken, wer die bekommt. Heike Fabach. Heike Fabach. Ähm. Andere Seite. Ähm. Silke Lönnig. Silke Lönnig. Nein. 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 Renate Ritterath. Renate Ritterath. Ähm. Ähm. Entschuldigung. Nicole Kettelas. Nicole Kettelas. Ja. Julia 20 bekommt die Maske. Angela Schmeiß. Angela Schmeiß. Ähm. Ja. Beautyholic. Beautyholic. Ähm. Die will auch das. Katja Schmidt. Katja Schmidt. Nein. Petra Pliester. Alles. Sonnenscheinrosa. Nein. Petra Wiese. Alles. Patrizia. 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 Conny Stegemann. Conny Stegemann. Conny Stegemann. Ja. Ich habe auch schon einige jetzt reingetan. Das habt ihr gar nicht so mitgekriecht. Stephanie Bentschus. Stephanie Bentschus. Aber die ich dann lese, packe ich schon mal rein. Dann geht es schneller. Ähm. Ja. Über die Palette. Anja Luft. Anja Luft. Alles. Theodora Russ. Theodora Russ. Ähm. Die Gurbette habe ich nämlich gerade schon reingetan. Okay. So. Dann schauen wir mal, wer die Palette gewonnen hat. Da. 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 Also jetzt. Bis jetzt drei Produkte. Zwei Gewinner. Schauen wir mal, wer die Palette bekommt. Oh, nicht gerade jemanden. Die Patrizia. Leute, es gibt hier nur zwei Gewinner heute. Einmal die Patrizia und einmal die Petra. Was willst du machen, ne? Was willst du machen? Ja. So. Als letztes haben wir jetzt die Man Eater Mascara, die bei mir leider nicht funktionieren hat. Ja. Aber vielleicht funktioniert sie ja bei euch, ne? Für Tat. Das ist ja echt. Was ist jetzt mein Handy? Das war ja echt eine gute Maske. Oder ist eine gute Maske. Aber irgendwie nicht bei mir. So. Als letztes haben wir dann die Petra Pliester. Hast du ja gesagt alles, ne? Alles, ja. Dann die Sonnenschein-Rosa. Sonnenschein-Rosa, ja. Babsi Makowiak. Babsi Makowiak. Alles. Dann haben wir die Gurbet hatte auch alles. Die Fikracia auch. Die Patrizia. Patrizia auch alles. Jojo 20. Ja. Katja Schmidt. Katja Schmidt. Katja Schmidt. Nein. Theodora Ross. Nein. Silke Lönnig. Silke Lönnig. Nein. Conny Stegemann. Ähm, nein. Nein. Ähm, Renate Retterat. Renate Retterat. Ähm, ja. Beautyholic. 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 Nein. Nein. Stephanie Benchus auch nicht. Rosemarie. 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 Alles. Noemi. Noemi. Glaube ich auch alles. Ja. Heike Fabach. Heike Fabach. Heike Fabach. Heike Fabach. Heike Fabach. Ähm. Schön. Freue mich. Alles. Außer Maskala. Außer Maskala. Nicole Kettelas. Nicole Kettelas. Doris haben wir schon. Ähm. Nein. Oder? Anja Luft bekommt auch alles. Und dann haben wir noch Angela Schmeiß. Äh, nein. Nein. Gut. Dann sind wir durch. Mal schauen wir mal, wer das letzte bekommt. Die Mascara. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt die Batterien sehr oder die Petra ist. Also, es ist auf jeden Fall für mich günstig für die Post. Wie ich aussehe. Wow. Total übermütig. Aber nur noch morgen. Dann ist erst mal Wochenende. Und dann muss ich wieder zwei Wochen arbeiten. Durcharbeiten. Ja. Naja. Das ist Corinna, ne? Äh, Corona. Machst du nix. Ich hab ja mal einen Engel. Ja. Das glaubt ihr doch keine Sau, ey. Die Patricia hat gewonnen. Die Patricia hat gewonnen. Das ist hier der... Ach, ich weiß auch nicht. Ja. Ähm. Läuft für mich, ne? Also, für mich ist das das Beste ever mit der Post. Hahaha. Also, liebe Patricia. Liebe Petra. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Mal sagen wir mal die Patricia. An die Patricia geht jetzt das Augenbraun gehen. Mhm. Dann, ähm, die Palette. Ja. Und die Mascara. Genau. Und die Petra, die Liebe, die bekommt den Highlighter und den Lippie. Genau. Ja, ihr Lieben, danke fürs Mitmachen. Und denkt mal, nächsten Monat ist natürlich auch wieder hier, ne, Ende des Monats. Ähm, ne? Auch wieder fünf Sachen. Und es läuft im Moment noch eine Steffi-Box. Also, falls ihr da noch nicht reingeschaltet habt, schaltet mal rein. Die ist wieder bunt gemischt. Und Monique hat jetzt das letzte Wort. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Okay. Ja, ich hab, ähm, eine Story auf Instagram. Die könnt ihr euch angucken. Auf Mamas Profil. Auf Mamas Profil. Genau. Also, macht gut. Ja, macht's gut. Bis dahin. Und nochmal herzlichen Glückwunsch. Post geht im Unterhaus. Tschüss. Bis dahin. Tschüssi. 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 Tschüssi.